Links hier neben mir steht ein Elektromotor und rechts neben mir ein Akkupack gebaut von L-Ring Klinger. Ich bin hier in Köln in einer Eventhalle und Sonomotors ist heute hier zu Gast. Dort vorne hier links steht der Sion, das Elektroauto mit Solarzähnen von Sonomotors. Und ich habe heute die Gelegenheit mit Laurin und Jona von Sonomotors zu sprechen. Das sind die CEOs und es geht natürlich um die Themen der Finanzierung. Es ist am Sonntag bekannt geworden, dass Sonomotors 50 Millionen Euro braucht bis 30.12. Ende dieses Jahres, damit dieses Auto auf die Straße kommen kann, damit dieses Auto existiert und gebaut werden kann, müssen 50 Millionen Euro zusammenkommen und darüber spreche ich heute mit den beiden. Viel Spaß! Da ist Laurin und Jona von Sonomotors. Danke, dass ihr euch die Zeit nehmt, hier mit uns zu reden. Ich würde sagen, wir haben nicht ganz so viel Zeit. Lasst uns direkt starten. Ich habe ein paar Fragen mitgebracht. Wie wahrscheinlich schon alle wissen, es geht unter anderem auch ums Geld heute. Am Sonntag um 16 Uhr habt ihr die Aktion gestartet. Seid ihr bis jetzt zufrieden mit dem Verlauf soweit? Absolut umgehauen. Also gestern in Stuttgart, heute Abend noch in Köln, morgen Hamburg, dann Berlin, dann München und gleichzeitig das, was online stattfindet. 3 Millionen, über 3 Millionen, 3,4 Millionen, glaube ich, innerhalb von nicht mal 48 Stunden jetzt oder jetzt ziemlich genau sind es 48 Stunden. Das ist unfassbar. Es ist umwerfend. Also wir sind überwältigt. Wir sind absolut überwältigt. Wir nehmen das alles andere als selbstverständlich auch und deswegen sitzen wir auch heute hier mit dir, heute Abend mit den Menschen hier und auch, um alles darzulegen, um alle Fragen zu beantworten. Das ist uns wichtig, weil wir alles andere als selbstverständlich sehen. Aber klar sind wir, das ist unfassbar, was die letzten 48 Stunden passiert ist. Wenn man das ja mal hochrechnet, dann seid ihr ja sogar vor der Kurve, wo ihr eigentlich sein wollt. Also man kann natürlich nur hoffen, dass es so weiterläuft. Genau, es geht um 50 Millionen. Davon habt ihr jetzt 3,4 knapp überschritten. Was genau machen denn diese 50 Millionen Euro? Die 50 Millionen bringen uns zu einem ganz wichtigen Schritt und zwar, dass wir die Serienwerkzeuge beauftragen können und neue Prototypen bauen können. Und das ist ein ganz wichtiger Schritt für Sono. Das ist ein ganz wichtiger Schritt für dieses Auto hier, weil wir dann die Serienprototypen präsentieren können. Damit neue Probefahrten machen, nochmal wesentlich mehr Reservierungen generieren können und so weiter und so fort. Das ist also ein ganz, ganz großer Schritt für uns und das ist eben zu erreichen mit 50 Millionen Euro. 10.000 Reservierungen wurde ja mal als Zahl genannt. Im Sinne eures neuen Mottoes volle Transparenz. Wie viele Reservierungen habt ihr denn jetzt mittlerweile? Leicht zu sagen. 10.600 sind es jetzt genau. Und die Rückfrage kam auch gestern. Warum machen wir das so, dass wir jetzt von 10.000 sprechen oder mehr als 10.000? Ganz einfacher Grund eigentlich. Wir hatten 5.000 als Meilenstein. Dann hatten wir gesagt, okay, wir erweitern das auf 10.000. Aber 10.000 an sich ist ja schon so eine Zahl. Wir sind gar nicht davon ausgegangen, dass es so viel Interesse gibt, dass es weitergeführt wird. Wir haben gesagt, das ist ein riesiger Meilenstein, den wir da erreicht haben. Aber wie wir gestern mal genannt haben, ja, es ist wichtig und deswegen, da gibt es auch nichts zu verstecken. 10.600 ist die aktuelle Zahl. Okay. Es gibt nichts zu verstecken. Gibt es eine Zahl darüber, wie viele Leute ihre Reservierungen gecancelt oder aufgegeben haben? Ja, die 10.600 ist schon exklusive der Stornierungen. Es sind eigentlich insgesamt quasi brutto, die Zahl ist über 11.000. Aber insgesamt sind es knapp 300, 400 Menschen, die stornieren wollen. Seit Sonntag, oder? Seit Sonntag, richtig. Genau, inclusive Sonntag. Was ja gleichzeitig auch ein bisschen mit der Meldung am Sonntag rausgegangen ist. Ursprünglich war SOP, also Start of Production, vorausgesagt für 2020. Ursprünglich war zweite Jahreshälfte 2020, richtig. Und jetzt ist das ja für 2021, ersten Auslieferungen 2022. Kann sich das nochmal verschieben oder ist das fest? Also die aktuelle Situation ist so, es geht immer ums Timing, um den Zeitplan in allen Großprojekten und auch nicht anders bei uns. Wir hatten jetzt schon die zweite Timing-Verschiebung und es tut unglaublich weh, die auch bekannt zu geben, weil unser Ziel ist, schnellstmöglich nachhaltige Mobilität auf die Straße zu bringen. Und genau deswegen wollen wir es anders machen in Zukunft. Dieses Timing so offen zu präsentieren und monatlichen Status-Update zu geben, ist unser Weg zu sagen, es gibt nicht mehr diese Situation, dass wir in einem halben Jahr rauskommen und sagen, oh Leute, es hat sich nochmal maßgeblich verzögert, sondern man weiß jeden Monat, woran man ist und man weiß auch jetzt, was die zukünftigen Meilensteine sein werden. Das ist unser Weg, wie wir jetzt mit dem, also wie wir darauf reagieren, wie wir auch volle Transparenz bei dem Timing zeigen wollen. Wenn wir über Verzögerungen im SOP oder im Produktionslauf reden, dann sind da natürlich auch andere Partys involviert. Zum Beispiel Erik Klinger, die Batterie, die da hinten steht, die produzieren die ja. Sind die mit on board mit dieser 2022? Klar, also das Timing ist natürlich mit allen Partnern abgestimmt und ist damit ganz klar on track. Ich wollte auch nochmal das bestärken, was Jona gerade gesagt hat. Wir sind uns sehr sicher, dass wir dieses Timing halten können, haben aber absichtlich auch aufgezeigt auf der Website, was passieren könnte, was für Riesenrisiken es gibt. Wollen wir einfach transparent sein, aber wir sind uns sicher, dass wir das Timing so halten können. Jetzt ist 50 Millionen ja vor allem der erste Schritt bis 30. Dezember, richtig? Diesen Jahres. Und darüber gibt es, glaube ich, noch so ein bisschen Unklarheit. Es gibt ja noch diese andere Zahl, 255 Millionen, die im Raum schwirrt. Können Sie kurz den Unterschied dazu einmal erklären? 50 Millionen ist jetzt die Summe für die nächsten Meilensteine, Seelenproduktiven und Produktionsaufbau, wie Laun beschrieben hat. Und 250 Millionen ist insgesamt Stichtag heute bis zum SOP die Summe, die insgesamt gebraucht wird. Das heißt, von den 250 Millionen sind bereits 50 Millionen nach der Kampagne quasi abgezogen. Und dann ist auch eine der Fragen, die gestern immer gestellt wurden und die ersichtlich allen Menschen auch auf dem Herzen brennt. Wie geht es danach weiter? Wie geht es nach den 50 Millionen weiter? Und da haben wir die klare Antwort. Zum einen, es ist ein absolutes Zeichen mit diesen 50 Millionen, dass es durch die Community geht. Und diesen Weg wollen wir deswegen 100 Prozent weitergehen. Bis zum Start der Produktion in eineinhalb Jahren sind es dann 10.000 Leute insgesamt, die den Sion Vollpreis anzahlen können. Und damit schon die Summe von 250 Millionen erreicht werden kann. Das ist die eine, quasi eine Seite der Medaille. Die andere Seite der Medaille ist auch, dass wir weiterhin mit Investoren sprechen. Und auch weiterhin Investoren, so wie in der Vergangenheit, an Bord holen werden. Aber Investoren, die hinter dem Sion stehen, die hinter auch den Werten stehen, für die so eine Motors einsteht. Und so sehen wir den Weg auch für die 200 Millionen absolut gangbar. Es ist nicht der leichte Weg jetzt, diesen ersten Schritt zu machen, diese 50 Millionen. Aber wenn wir das schaffen, dann können wir auch den vollen Weg schaffen. Habt ihr da nicht Angst, dass die Community ausgelaugt ist nach 50 Millionen? Eigentlich überhaupt nicht. Warum? Weil wenn man sich anschaut, es wollen ja 10.000 Menschen dieses Auto. 10.000 Menschen haben gesagt, haben Geld angezahlt, haben gesagt, ich will dieses Auto, ich finde es genial. Und was wir jetzt eigentlich nur sagen ist, hey, wir benötigen jetzt Kapital, um weiter mal zu machen zu können. Aber wenn alle 10.000 Menschen dieses Auto kaufen, ist das Thema komplett vom Tisch. Und das ist eigentlich die Lösung für das Ganze, zu sagen, warum eigentlich nicht diesen Weg zu gehen, über die Community, über die Menschen, die das Auto sowieso haben wollen. Das heißt, letzten Endes bräuchtet ihr nur die Anzahlung vollständig von den Leuten, die jetzt heute bestellt haben oder vorreserviert? Ergänzt um nachhaltige Investoren. Okay, das heißt, die sind absolut eingezählt auch in diesen 250, ja? Naja, es ist beides möglich. Genau. Wir gehen den Weg eben 100% mit der Community. Wir haben uns eben damit auch committet. Gleichzeitig heißen wir aber auch Investoren willkommen, die Teil dieser Vision sein wollen. Was passiert denn, wenn 50 Millionen nicht zusammenkommen bis 30.12.? Das Erste, was man sagen kann, ist, alle Reservierungen, die jetzt getätigt werden im Zuge der Kampagne, werden gar nicht erst eingezogen. Du gibst eine Absichtserklärung für einen Betrag in verschiedenen Höhen und nach dem erfolgreichen Abschluss der Kampagne, erst dann kriegst du einen Zahlungslink und wirst dann erst zur Zahlung aufgefordert. Das heißt, bis dahin passiert gar nichts mit dem Geld. Wenn das nicht zustande kommt, wenn wir das Ziel nicht erreichen, das heißt aber auch, dass Geld nicht eingezogen wird, ist es ganz klar so, dass wir den Sion nicht auf die Straße bringen können. Das bedeutet dann, und das muss man auch so klar sagen, das Ausfürension. Wenn ich da so ein bisschen zwischen den Zeilen lese, heißt das ja aber auch, die 50 Millionen Euro kommen zusammen, jetzt mal als Annahme. Wenn danach noch was schief gehen sollte, dann ist das Geld aber weg, oder? Richtig, wir benötigen das Geld, um in Werkzeuge zu investieren, um in Prototypen zu investieren. Aber was ich dir sagen kann, ist, wenn wir diese 50 Millionen erreichen, sind wir uns sehr sicher, dass der Sion kommt. Es gibt nie eine unternehmerische 100% Sicherheit, das gibt es einfach nicht. Aber ich kann sagen und allen Menschen da draußen auch versichern, dass wenn wir die 50 Millionen einsammeln, wird der Sion kommen. Und das ist, glaube ich, ein Signal, was wir jetzt senden können. Wir können ein Signal senden an die Politik, wir können ein Signal senden an große Konzerne, wir können ein Signal senden an alle Menschen da draußen, dass dieses Fahrzeug hier muss in Produktion sein. Es kann nicht sein, dass so ein Projekt in Deutschland scheitert. Es kann nicht sein, dass wir gerade über die Klimakrise sprechen, aber dann sowas schief gehen lassen. Deswegen mein Appell an alle Menschen da draußen, wenn ihr das seht, unterstützt uns, reserviert euch einen Sion, stockt auf. Ihr habt jetzt nichts zu verlieren, ihr habt jetzt nichts zu verlieren. Wie gesagt, wir ziehen euch das Geld jetzt nicht ein, sondern wir schicken einen Zahlungslink ab dem 30., wenn wir die 50 Millionen erreicht haben. Und damit ist es jetzt einfach nur ein Commitment, was jeder abgibt, um dieses Projekt hier zu retten und den Sion auf die Straße zu bringen. Das ist eine Frage, die, ich sage mal auf deine flammende Rede, jetzt nicht so ganz die gute nächste ist, aber Leute, die zurückziehen, bekommen ihre Anzahlung zurück? Also grundsätzlich möglich, ab dem 1. zu stornieren. Wir werden versuchen, allen das Geld auszuzahlen, aber ich kann nichts versprechen. Ich kann nichts versprechen, ob das wirklich funktioniert. Ganz klar so, dass wir das immer als Teil der Geschäftspraxis sehen. Menschen, die stornieren, hatten wir auch in der Vergangenheit, die sich umentscheiden, ganz klar. Sono basiert auf allen 10.000 Menschen, die dahinterstehen. Ganz klar ist natürlich, wenn davon alle jetzt zurücktreten, wird das Sono massiv treffen und damit auch den Sion gefährden. 2022 soll das Auto erscheinen. 35 Kilowattstunden Batterie, 250 Kilometer Reichweite. Ist das Auto dann überhaupt noch aktuell mit diesen Werten 2022? Oder was macht das Auto in 2022 aus? Definitiv eine Frage, die wir uns auch selber stellen. Und wenn man sich den Markt anguckt, was in der Vergangenheit stattgefunden hat, ist ja auch erst mal dieses Bekanntmachen von Elektromobilität. Und man hat nicht nur 100 Kilometer Reichweite, sondern es geht auch mehr. Und da gibt es einige Vorreiter und ist auch wichtig. Auf der anderen Seite sehen wir, dass es sich ab einem bestimmten Punkt einpendeln wird. Eine Reichweite von 500 Kilometer braucht einfach nicht jeder Mensch tagtäglich zur Verfügung. Und dieser Kompromiss aus einer Riesenbatterie, die ich immer mit mir rumschleppe und gar keine Reichweite, die sehen wir bei den 250 Kilometern mit dem Sion. Das ist auch in dem Fall etwas, woran wir stark glauben, dass man nicht immer nach oben gehen muss, sondern es einen sinnvollen Wert gibt, der in diesem Bereich liegt. Für manche Menschen mehr, für manche weniger. Wir sehen immer noch, dass wir da mit in einem guten Bereich liegen. Das andere ist aber, was beim Sion stattfindet, der Sion ist ein Fahrzeug, das Features bietet, das sonst kein anderes Auto hat. Und 2022 wird das auch erst mal kein anderes Auto bieten. Und das sind zwei Hauptfeatures, zwei Hauptfunktionen, die Solarintegration. Mein Auto, das sich selber auflädt, wenn ich stehen lasse, wenn ich in der Arbeit bin, egal wo ich bin. Ich habe immer die Möglichkeit, dass ich Strom generieren kann, dass ich nicht liegen bleibe. Und das andere ist, dass ich den Strom ganz prominent hier vorne entnehmen kann. Das ist gerade abgeschlossen. Aber genau hier wäre es, genau das. Vorne geht es auf. Es gibt drei Steckdosen. Einmal zum B-Laden, einmal Schuko für Endgeräte und einmal zum Laden anderer Fahrzeuge noch. Ein Typ 2 Female Stecker. Also Typ 2 nur andersrum. Das ist wie eine Ladestation für andere Elektroautos. Das muss man noch dazu sagen. Und das ist so besonders an einem Fahrzeug, dass wir davon ausgehen oder ganz einfach gesprochen, und ich der festen Überzeugung bin, wenn wir 2022 erreicht haben, wenn der Sion auf der Straße ist, Menschen sich fragen, warum können das andere Fahrzeuge nicht. Sich selber aufladen und Strom abgeben, weil das ist ja vorhanden. Die Fläche ist vorhanden und die Möglichkeit, Energie aus der Batterie zu ziehen, ist jetzt auch nicht ganz abwägig. Das ist irgendwie, wenn man da dreimal drüber nachdenkt, möglich. Natürlich ist eine ganze Menge Technik dahinter. Aber das Prinzip an sich wird so sinnvoll sein, so praktikabel sein, dass Menschen sich fragen werden, warum nutze ich ein Fahrzeug, was quasi nur fahren kann. Jetzt hast du gerade gesagt, mit den Werten, wie der kommt, dieser Sion im Jahr 2022, hat er durchaus noch Features und Sachen, die den USP darstellen. Gibt es denn die Möglichkeit, zum Beispiel 50 kW ist ja, glaube ich, Peak-Ladefähigkeit, und 35 kWh die Batterie hatten wir gerade schon. Gibt es da die Möglichkeit, dass man das erhöht oder austauscht? Arbeitet ihr an solchen Konzepten? Ja, absolut machen wir uns Gedanken, auch um Austauschbarkeit. Wie kann der Sion auch geupgradet werden in der Zukunft? Können wir nur noch nicht Konkretes dazu sagen. Erstmal ist der Hauptfokus, den Sion so auf die Straße zu bringen. Abschließende Frage würde ich gerne so ein bisschen resümierend eigentlich fragen. Wir haben jetzt gesprochen über die Aufgabe 50 Millionen, die ansteht, dann 255 Millionen insgesamt bis Start of Production ist. 2022 soll der Wagen erscheinen, die Features, die dann noch da sind. Meine abschließende Frage deshalb ist, warum soll man Sonomotors Geld geben, investieren? Was ist der Sinn dahinter, euch Geld zu geben? Und warum soll man nicht in was anderes zum Beispiel Geld geben? Wenn man rauszoomt und sich anschaut, was momentan passiert, Klimakrise, große Konzerne, Steuerhinterziehungen. Eigentlich, wo man überall sich an den Kopf greift und fragt, wie kann das sein, dass es gerade momentan so bergab geht mit der Welt? Wie kann es sein, dass das sich so entwickelt? Und dann gibt es zwei Arten, wie man reagieren kann. Man kann sagen, ich glaube eh nicht mehr dran und es ist alles scheiße. Oder man kann sagen, ich kämpfe dafür. Ich kämpfe dafür, etwas besser zu machen. Ich kämpfe dafür, etwas in die Hand zu nehmen und nicht einfach zuzustehen. Nicht einfach zuzuschauen und zu sagen, mei, die anderen. Und dafür stehen wir ein. Deswegen haben wir angefangen, Sonomotors überhaupt zu gründen. Das war der Grund. Und wir haben gesagt, wir schauen nicht zu. Wir kämpfen dafür. Wir geben alles. Und wir wissen, wir wissen, dass es schief gehen kann. Aber wir sind rausgegangen und wir haben 10.000 Menschen davon überzeugen können. Und heute geht es darum, ob diese 10.000 Menschen sagen, ja, ich sehe es genauso und ich will was tun. Ich will was in die Hand nehmen. Und dann haben wir jetzt alle die Möglichkeit, dieses Auto hier auf die Straße zu bringen, ein Zeichen zu setzen und endlich was zu tun. Das ist der Grund, warum man uns unterstützen sollte. Wir gehen ganz neue Wege. Wir haben uns entschlossen, beziehungsweise planen, unsere Gewinnbezugsrechte in einen Pool, in einen Community-Pool einzuleben, um den Menschen zu zeigen, uns geht es nicht um den persönlichen Profit. Uns geht es nicht um den persönlichen Profit. Wir machen das Ganze nur, um etwas zu verändern. Und dafür kämpfen wir tagtäglich. Und ehrlich gesagt, jetzt ist es in den Händen der Menschen, ob sie sagen, dafür, das finde ich gut, dafür stehe ich ein und ich mache mit. Vielen Dank euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt, uns hier die Fragen zu beantworten. Ich drücke euch natürlich die Daumen. Und vielleicht noch für die Leute, die da schauen, gibt es die Möglichkeit, wenn es noch Fragen einfallen sollten, vor dem PC, Handy oder wo auch immer man da schaut, euch zu kontaktieren, Sonomotors zu kontaktieren und was einzuschicken. Klar, auf jeden. Wir sind über alle Kanäle verfügbar, Social Media, aber auch Telefon und E-Mail. Schreibt uns, ruft uns an, redet mit uns. Wir sind mit einem Team auf Tour. Wir sind noch in Hamburg, Berlin und München. Also kommt auf uns zu, redet mit uns. Leute, wir wollen wirklich transparent sein. Wir haben nichts zu verstecken. Wir sagen, wir haben alles getan. Nun liegt es aber leider nicht mehr in unserer Hand. Wir benötigen diese Finanzierung, um den Seehund auf die Straße zu bringen. Ich wünsche euch viel Erfolg. Danke. Danke. Cool. Danke. Danke.